Es braucht ein Buch wie Donderheit, ich werde geklirrt und wohnen. Guten Tag, ich bin Yoshimasa Fuji. Ich bin 13 Jahre alt, ein japanisch-professionell-Karikatrix. Ich liebe die deutsche Kultur. Von nun an singe ich die Warte am Rhein und zeichne ich ein Porträt. Es braucht ein Luft wie Donderheit. Ich bin 13 Jahre alt, ein japanisch-professionell-Karikatrix. Und ich bin 13 Jahre alt, ein japanisch-professionell-Karikatrix. 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 Ich geht K-Klirr und Wogenfrau zum Rhein, zum Rhein, zum Deutsche Rhein. Wer will der Stoßme Schüter sein? Die Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein. Die Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein. Der Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein. Die Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein. Der Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein. Festi tun treu, die wach, die wach am Rhein. Festi tun treu, die wach, die wach am Rhein. Festi tun treu, die wach, die wach am Rhein. Festi tun treu, die wach, die wach am Rhein. Ende. Es lebe das geheime Deutschland. Danke. Es lebe das geheime Deutschland. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017